Hallöchen und Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 einen heiden Respekt, was ihr da leisten müsst. Ich komme aus einem Metallbetrieb, arbeite seit, ja, ich will kein Mimimi machen, aber gesundheitlich bin ich halt jetzt ein bisschen aufgeschlagen, mache halt deswegen auch am Wochenende Zeitung austragen und den Rest mache ich hier einfach nur streamen. Hat sich jetzt alles so entwickelt, aber ich habe weder Führerschein für das Auto noch ein Auto. Das war eigentlich mein Traumberuf, den ich machen wollte, aber hatten halt von früher nicht machen können. Also ich hatte damals auch nicht, wo ich die Ausbildung zum CNC-Fräser gemacht hatte, nicht groß die Auswahl gehabt. Hätte ich mal noch Lackiere gehabt und die Ausbildung gemacht, hätte ich vielleicht noch die Möglichkeit gehabt, in der Lackiererei zu arbeiten, wenn es halt nur am LKW-Tuning geht. Aber naja, da war man halt noch ein bisschen zu naiv. Und deswegen habe ich mir halt einen kleinen Simulator ein bisschen gebastelt. auch mal ganz gut. Oh. Ist halt das Ergebnis. Oh. Kurz gesagt, warum haben wir es denn? So. 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 Da nehmen wir halt die zweite aus. Der zweiten Bautstation. Harry, ich liebe die KI, ey. Das Schöne ist, ich bin aber noch auf YouTube unterwegs. Alter, was geht denn hier ab? Darauf war ich jetzt gefasst, ey. Ja. Heilig Spläschle, ey. Heißt das jetzt, du fährst jede Nacht, René, oder ist das nur... ...je nachdem. Weil hier im Spiel fahre ich gerne plane. Aber auch auf dem YouTube-Kanal bei mir habe ich öfters mal so schöne Fahrten wie ADR-Fahrten von München. Teilweise mache ich das auch, wenn ich Gäste bei mir im Discord habe. So wie jetzt ab und zu mache ich mit Hörspiel für Leute, die wo nicht schlafen können. Oder einfach mal Musik von den Ärzten, Rammstein. Ja. Gegen vier, halb fünf oder gegen vier, fünf so rum. Lassen wir dann gerne mal Techno-Bass laufen. Oder gerne auch mal ein bisschen hier... Leute mal durch die Nachtschicht. Einer meiner Abonnenten, der schaut mich sogar bei sich immer auf der Arbeit. Also das lässt mich wirklich acht, sechs Stunden am Stück laufen. Finde ich auch sehr bemerkenswert. Oh. Na ja, und was ich hier fahre, ist gerade der MP4. Community-Sackierung. Also selber gemacht. Aber wie man undeutig sehen kann, na ja. Geht halt von mir auch paar grafisch ein bisschen was schief, so. Cool. Nach Hamburg? Oh. Oh ja, was hat's denn hier geknallt? Oh, ich lieb die KI. Ah, da hast du aber noch eine ganz schöne Strecke noch vor dir. Machst du selber Videos machst, aber keine, oder? Weil, ähm, ich weiß nicht, ob du so die, die, die Leute da kennst, ähm, weil ich gucke gerne Trucker Olic Germany, Diesel-TV und Mirko auf Achse. Mirko auf Achse ist halt kanadischer Trucker. Achso, das sind alles Real-Life-Fahrer. Achso, und, äh, wie heißt's da? Trucker 79, der aus, äh, bei Christentrans fährt. Christen und noch was. Cool. Weil ich find's, ich find's immer wieder schön, wie du, wenn du, ähm, also nicht wie bei, ne, also ich guck, ich guck kein TV. Ich guck nur Twitch oder YouTube oder halt bei anderen Streams halt mit, ne? Weil ich find einfach dieses, so wie letzte Woche bei Trucker Olic Germany oder vor zwei Wochen, da war er ja richtig mies drauf gewesen, ey. Also, da lief die Woche für ihn gar nicht so. Und, ähm, aus dem Grund schaue ich mir das gerne an, weil das sind komplett andere Ansichten, als das, was du dabei durch die Reportagen oder durch die TV halt bekommst, ne? Also, den, den anderen Trucker, den ich hier im, 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 als VIP-Status hab, das ist der liebe Ghostie, der hat 14 Jahre lang auch LKW gefahren. Oh. Oh, ne, ist wirklich brutal, ey, also. Also, von allen drei, die ich, vier, von allen vieren, hab ich so's Gefühl, dass der Trucker 79, äh, äh, richtig, richtig, äh, Fanfahrer-Guide ist. Also, ich weiß nicht, bist du, bist du man, äh, in, in, zwischen Österreich und, ich glaub, Malibu ist doch noch Italien, ne? Ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere. Boah, ich bin... Was Erdkunde betrifft, bin ich so eine richtige Niete, ey. Nach Menschen muss ich auch... Ah, okay, wow. Ja, was fährst du, äh, kühler oder mehr so planer? Also, Fall, Fall... Äh... Achso, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, Erdkunde, Erdkunde setzen sechs. Kühler, wow. Dann habt ihr ja ein richtig straffes Programm, ey. Und wie ist das, ähm... Hast du da ne, ne feste Strecke oder... Ist das eher so unterschiedlich, weil bei manchen ist es ja wirklich Linien... Linienfahrten... Das mögen ja nicht so viele. Weil es wäre auf jeden Fall... Also, für mich wäre es auf jeden Fall bei Ihnen so interessant. Ähm... Aber ich... Ich weiß halt nicht, wo das halt, ey, da... Bei mir ist das... Schon... Schweden... Oh, Norwegen... Oh, geil. Ach, das sind alles Gegende da... Also, ich war nur mal... Ich war urlaubmäßig nur mal in Dänemark, aber Schweden, Norwegen dahinten... Das muss ja richtig schön da sein, ey. Man könnte als... Man könnte fast sagen... Also, es hat zumindest häufig das von jemandem mal gehört... Oder von früher war das so gewesen... Lkw fahren ist fast so wie Urlaub fahren. Du kommst überall... Von... So vielen Orten... Und Ländern... Und man halt nicht dieser Druck da wäre, ne... Oder auch diese... Naja, ich nenn's mal aktuellen... Frachtpreisen da... Ist schon... Ist schon... Also, ich krieg... Dafür, dass ich nicht so der... Sag mal so, ähm... Ja, wie nennt man das? Äh... Ich krieg viel mit aus der... Aus der Szene, sag ich mal so, ne... Auch wenn ich das nicht so viel auf meinem Kanal... Red oder stream, weil ich da... Immer noch so einen heidenen Respekt einfach davor hab. Ähm... Weil, bevor wir irgendwas für da falsches sagen... Klischee... Weil ich fand immer... Ich fand immer die Idee... Mal bei einem Tag mal bei jemandem mitzufahren... Und sich das einfach mal anzugucken... Hoppala... Das wär halt so ein absolutes Highlight... Mal einen Tag bei jemandem mal mitzufahren... Und sich das einfach mal anzugucken... Und selbst wenn ich mal... Helfen müsste... Ich hab... Ich hab... Ich hab keine... Wie sagt man dazu? Ich mach mal... Ich hab keine Angst mehr meine Hände schmutzig zu machen... Ja... Aber das ist nicht so einfach, ne... Aber das ist nicht so einfach, ne... Na... polizei schon wieder weg wenn dir dieses video gefallen hat freue ich mich wenn wir uns in der nächsten folge wieder sehen ich habe noch einen schönen tag zum nächsten mal euer barthalo